die sammeln wir mal gerne ein, die scheinen ein bisschen seltener zu sein, wenn die extra lila leuchten. Quelle der Albträume. Ach wir können da drin einfach schwitten. Ach guck mal, kann man so ein Schwimm-Skill hochpushen. Das ist ja bekifft. Ich dachte, die haben die Fähigkeit, dass wir unter Wasser sehen können. Das ist alles unscharf hier. Na gut, egal. So, wir gehen jetzt mal weiter gucken. Ich will jetzt die Essenzen noch haben. Zack, Sammlung. Ach ne, du bist nichts. So, können wir verticken einfach. Handwerk. Das für die Quest. Handwerk. Quest. Haben wir schon. Können wir dich anziehen. Du bist auch noch Quest. So. Vergesst das immer. Ja, immer weh. Dann Schnelltaste. Fertig. So, mal gucken, was passiert jetzt hier. Sterben wir? Nö. Wir schwimmen darin einfach. Okay. Nur glaube ich, kommen wir jetzt nicht mehr hoch. Ich sehe mal hier unten gar nichts. Original 0. Okay. Aber ich glaube, wir kommen hier jetzt nicht mehr raus. Habe ich so das dumpfe Gefühl. Ah, doch da. Guck mal. Da ist ein Weg hoch. Ah ja, siehst du. Da kommt man doch noch raus. So. Okay. Haben wir jetzt einige Quests mal zum raushauen. Werden wir jetzt auch gleich mal rausschmeißen. Hallo. Ja. So. Was ist mit denen? Die kann ich ja nicht angreifen um gar nichts. Jetzt sind wir alle zu weit weg. Oder doch? Ah, das geht ja doch. Guck mal, auf einmal ist er hier. Okay. Knochen. Wow. Okay. Ach, das ist ein Zweihand. Schade. Aber trotzdem, zwei Slots hätten wir. Macht wesentlich mehr damage wie unser jetziger. Wissen Endausdauer. Wesentlich höher. Rein damit. Da stehen wir gleich mal wesentlich stärker da. Okay. Halt da lang. So. Wir gucken jetzt mal, dass wir unsere letzte Zombie-Krötze da finden. Huch. Ach, das war hier. Durchgang. Tralala. Fretis Isla befindet sich in Nereac. Ach, das ist dann wahrscheinlich schon nächstes Gebiet, vermute ich mal. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Ich hab keine Ahnung. Ist das nächstes Gebiet? Gut. Wir gucken mal eben kurz. Huch. Was wird für benötigen? Abbrechen. Huch. Nereac. 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 Statt des Hasses. Ach, das ist unsere Hauptstadt. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Schreckenswache. Episch mal 4. Ach du Scheiße. Okay. Episch mal 4. Das ist ja mal sehr aufbauend. Level 100. 105. Alter. Ach guck mal. Söltner. Okay. Ach, da brauchen wir wieder extra Account erweiterungen dafür. Okay. Die dunklen Files schon. Hallo. 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 Ehh, nein, nein, nein. número 4. Brauchst du das sevt? Aber guck mal. Kinken wir sogar direkt noch neue Quests hier. So. Was haben wir da? Muss erneut gewirkt werden. Okay. Huch. Ähhh. Hilfe. ich habe Angst vor dem was uns hier erwartet das sieht fast wie ne alter wie geil das aussieht geil das sieht ja mal geil aus so erzähl mal hallo hallo überhaupt nicht anquatschen das braun war dass ein npcs okay was haben wir hier alles rüstungshändler 91 92 bis 90 was das ist eine pvp arena spieler gegen spieler ok stufe 95 sagen umbogen ok na das ist ja mal ok klamotten haben klamotten technisch aber noch einiges zu tun nach hause reisen das ist also eine pvp arena beziehungsweise platz für händler zum einkaufen ok so sie gut achten wir haben ungelesene posten hat dann importe exporter ok ah guck mal wappenschmied zack schmiede der blauen flamme entdeckt und da irgendwo hoch ach da so ach so der repariert ja nur großhändler wappenschmied man kann gar keine berufe bei denen lernen hallo ist zum glück gar nicht übertrieben laut oder so rastusstreiters schlachtfelder lobby ja ja ok kann bei denen gar nichts lernen an berufen bündler aus bündler ausbilder ja super hat aber nichts aber ich schieb die mal auf ich hab keine ahnung ob wir die noch brauchen können der wahrfragment kann weg der leibhilds nicht der ist sammelbar und noch ein feld so okay so dunkel und feilschert tragen okay ja gucken wir nach einmal machen jetzt erstmal ein gebiet nach dem anderen fertig bringt nichts wenn wir jetzt hier schon in der stadt rumlungern die alten aufgaben noch gar nicht erledigt haben so warte mal der beruf ist wohl der flicker das ist wohl hier so der rüstungsbauer so wie das aussieht der dann eben halt auch equipment reparieren kann jetzt allerdings die frage ob man das dann auch selbst machen kann wenn man im beruf jetzt ausübt das weiß ich nicht ja es gibt noch so wahnsinnig viel zu entdecken hier drin ich kenne mich aber weitem noch nicht aus da kriegen wir nur blablabla so eine neue quest und da wieder würde verbessert die grad entdeckung was soll das sein wo haben wir denn das denn integrierten entdeckung na guck mal das können wir uns mal raus legen so schon haben wir dann ein paar neue quests zum atlantikan da kommen wir noch eine so findestere kreischer okay baby schlangen das mit den zerfallenen dingern ist immer noch irgendwie ich weiß nicht wo wir die herkriechen sollen bin ich doch etwas überfragt schau wie stufe 18 wächter ok ist so groß hier irgendwie gut also quest quest totem distanz waffen ist ach so sekundär distanz waffe ok plus 6 int ja nehmen wir weil wieder distanz waffen hauen wir ja nicht drauf wir haben unsere standard angriffs waffe ach nee warte mal das heißt er nimmt ja beide ich weiß jetzt nicht so genau so eine neue rosa noch zack so ok ich mache jetzt auch eine kleine aufnahmepause vielen dank für das zuschauen bis hierhin und wir sehen uns in der nächsten runde everquest 2 wieder bis dahin ciao ciao